Hi! Na, hier ist X-Wing mit einem weiteren paar The Binding of Isaac Rebirth! Joach... Fangen wir gleich los, oder wat? Joach... Eigentlich müsste ich ja mit Maggie spielen... Ich will nicht mit Maggie spielen... Also spielen wir eine Runde mit Eden! Und hoffen auf gutes... Hier... Ich schaufel... Ich mach die 3-Dollar-Note... Mh... Das sind schonmal 5 von... Naja... Das ist der Dollar, nicht die 3-Dollar-Note! Ich hab 99 Coins... Das ist nicht schlecht... Ich hab längere Zeit nicht mehr mit Maggie auf I-Tech gespielt... Ich werd das aber zu schnell jetzt... Nach dem letzten Pass hochladen... Vielleicht den letzten Pass hochgeladen... Vielleicht den letzten Pass hochgeladen hat... Warum auch immer... Ähm... Und ne Empress ist grad auch nicht so schlecht... Äh... Wie viel Damage hab ich denn? Gar kein... Super... Ähm... Ja... Jetzt soll ich eigentlich hier irgendwo absetzen... Schade... Kann nämlich auch ne Leiter sein... War's jetzt leider nicht... Ähm... Das kommt jetzt wieder regelmäßiger... Ich nehm jetzt vielleicht auch kein Fahr-Videos auf den Fahr-Tage... Und dann passt das auch... Okay... Ich werd auch mal in den Shot... Ist ja auch Damage-Ups drin... Ich glaube eindeutig schade... Zweiter Schlüssel... Für die zweite Ebene... Perfekt... Puh... Komm schon... Klaus Herz wäre auch cool... Nääää... Bibel... Auf jeden Fall kann ich mal noch Bombe holen... Der Bibel kann ich mir noch nen Schlüssel dann auf jeden Fall holen... Auf der Ebene... Oder... Für ein halbes Herz weniger da rein gehen... Oder beides... Weil ich kann ja... Aufladen... Also ich nehm sie auf jeden Fall mit... Und donate! Schade... Wäre echt cool gewesen... Wenn ich da mehr reinhauen könnte... So... Dann gehen wir auf jeden Fall hier rein... Das ist sehr schade... Das ist sehr schade... Nein, nein, nein... Oh fuck... Das ist sehr scheiße... Nein, lass mich in Ruhe springen... Ich weiß nicht ob ich diesen Run schaffe... Weil die Items sind echt nicht der Bringer bei ihnen gerade... Ich hab zu gerne jetzt gleich nen Lamp Run gemacht... Aber mit den Items bin ich mir dann nicht ganz sicher... Und vielleicht gibt's noch ne bessere Stelle für... Diese hier... Für so... Fliegen... Die immer weg springen müssen... Soho... Wunderschön... Kommt doch einfach hier zu Papi... Wie gesagt... Ich will echt nicht resetten... Ich spiele ich damit lieben... Ich hab genug Bomben... Schade... Aber locker... Das ist los... Sozusagen nicht... Nee... Ich bin da noch nicht... Okay... Ich mein... Ich kann denke ich mal noch ausweichen... Und ich seh jetzt schon, dass ich das Buch nicht bauen werde... Aber ein Boss braucht uns einen Key... YOLO! Bombsack Key... Zwei Bomben fällt mir ins Video... Die Schüsse haben wir nicht wirklich gebraucht... Nur zwei Bomben habe ich probiert trotzdem... Perfekt... Okay, Geld... Yay... Ich hab ja nicht 99 Coins oder so gehabt am Anfang... Ich hoffe... Innen ständig auf was gescheites hier beim Boss... Oh ja... Blaue Herzen... Mach ich sogar das hier jetzt an... Bin ich ein bisschen schneller und mach mehr Schaden... Und da das ein blauer Larry ist... Welcher glaube ich auch erst kommen kann... Oh mein Gott... Wenn man... Ich hab's schon mal... Sechsmal gekillt... Fünfmal? Sechsmal? Ich weiß nicht... Äh... Der droppt auf jeden Fall... Also er hält ein bisschen mehr aus glaube ich... Und der droppt auf jeden Fall ein blaues... Er... Er... Wenn er sich den Treffen... Was denn... Ich muss echt auf mein Leben aufpassen... Ja... Das war gut... So... Einen gescheiten Hit hier noch... Effekt... Was ist das? Ich brauch echt einen Stun-Effekt oder so... Weil jetzt hab ich schon zwei Glück... Und das ist extrem viel... Ah... Aber das Schlüssel gibt auch ein blaues Herz... Das ist sehr gut... Das hab ich auf jeden Fall wieder Leben... Aber immer noch kein Schaden... Kein... Schaden... Nix... Hm... Da könnten wir reingucken... Da gucken wir auch rein mit Neustütteln... Okay... Das ist nicht so gut... Einfach das Feuer ausweilen... Wir wissen ja wie das enden kann... Ich lauf da gerne mal rein... Na? Hä? Nur drei von euch? Oder ist da einer gegen... Feuer gelaufen von euch? Scheiße... So wie die da unten waren... Ja... Perfekt... So kann man Gegner auch besiegen... Gegen Feuer lotsen... Sieht man sehr selten, aber kippt es... Die Gegner gibt es eigentlich nur in The Bomb... Manchmal auch hier... Da geh ich auf jeden Fall rein... Schlüssel, ein blaues Herz... Und die Pillen... Die nehm ich ja mit... Weil ich hab ja das Geld... Oh, die kenn ich schon... Das Bombsack Key ist gar nicht mal so schlecht... Das Paralyse ist scheiße... Und das Keystone ist das... Alter... Ich hab's mir grad so schwierig gemacht... Deswegen sagen viele... Sie nehmen keine Pillen... Bei mir ist das egal... Ich hätte schon irgendwoher noch... Eine gute Kombination bekommen... Was sich wieder Schaden macht... Ich hab noch eins... Damage... Was ist das so... Mäh... Was ist das... Ich hab's mir grad jetzt nicht wirklich benutzen... Irgendwie... Oh... Das... Stimmt mal so schlecht... Wenn er sich selbst wegsprengt... Drei Schüsse für Sonnefliege... Das geht eigentlich... Und... Das sind nur Schwarz... Wir können einem nicht tun... Haha... Oh... Schüsse... Lass ihn mal noch liegen... Nee... Och nee... Das war gut gedocht... Das davor nicht... Ich werde meinen Boom... Für diese blaue Chess benutzen... Also... Die blaue... Die rote... Na... Super Schrauber... Yay... Das ist gut... Das ist gut... Monstro... Ist jetzt nicht so schlimm... Oh... Ich hab mich fast noch in die Träne reingelaunt... War ebenso... Ich sollte echt mehr auf die Schatten nachdenken... Ich mach's selber nicht... Obwohl ich's genau weiß... Oh... Hey... Ich hab's das... Ubel... ых... Ow... Ach... Hab'sein! 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 Deswegen mag ich halt echt EVE! Sie hat die Empress Dauer... Für Judas Er hat extrem viel Schaden... Und wenn da so'n Kampf nur halb so lang geht, dann kann man auch nur halb soviel Schaden bekommen. Je länger so'n Kampf geht, umso mehr Potential auch Schaden hat man. Aber es sollte ein Saturn-Raum sein, genau, das ist ein Ranger. Und im Saturn-Raum gibt es Book of Belial, sehr schön. Da werde ich sogar meine Bibel für hergeben, denn das macht mir soviel einfacher. Es sind zwar nur alle drei Räume, aber es ist ein gutes Damage ab. Zwei Damage ab, glaube ich sogar. Ist auch noch hier irgendwas? Nee. Das war Paralyse, das weiß ich nicht. Und ich hab öfters Saturn-Raum gesetzt, ne? Oh, more money. So. Wow. Okay. Ähm... Da hätte ich vier Schlüssel... ...und zwei Bomben. Mach' mal... Schade mir Geld. Nicht das, was ich haben wollte. Oh, fuck. Ich hab da diese Räume. Oh, es gibt ja noch ein Item-Raum, genau. Noch mehr Bomben. Okay. Ich sollte irgendwie... ... auch so'n Bomben machen... ... in das Spiel, glaube ich. Ich hab' ja fast nur Bomben-Alternus bekommen. Nein, 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 nein! Ich... 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 ... so wie sie waren. Okay. Was ist das? Machbar? Ja. Sehr gut. Ja... ... nur noch ein paar Fliegen. Und das Book of the Lyle, kurz auch Drop genannt, ist... Sehr gut Haben wir irgendwas vergessen? Wir werden ja erstmal auf dem Weg Dann kommt es mit Hier ist der Kanalraum Nicht Da nicht Kein Speedrun? Nein Nicht mit solchen Items Ja, der wäre noch Kakaofing gewesen, okay Aber Geld habe ich genug, Herz zu ihm frau ich auch nicht Ist ja ein blaues Herz gewesen Aber natürlich ein weites, aber mein Gott Mehr... mehr Schaden Boah, so wie läuft Treff ich sie nicht Alter Ich lauf halt noch größerer Progen Dummes Mistfie Dankeschön Wir waren mal drei Treffer auf einer Okay, das ist Roid Damage Das heißt, wenn ich irgendwas berühre Gibt es Schaden Und das erhöht die Chance auf Karten Und Karten sind besser als Pillen Die wir bei der Tears Raid Downpille schon gemerkt haben Und Tarten können nur positiv sein Können aber keine Stabze erhöhen Boah, so gar keinen Schaden Nee Dankeschön Hätte ich irgendwo zu einem Pilzen schieben können Aber Nee, danke Ich brauche ihn nicht Ich freue mich mit mir auch sehr Ja Okay, sie gehen Dann kann hier schön auf Range bleiben Dass man nicht in die reinlackt Nein, das bin ich eigentlich nicht Das ist auch zu sehen benutzen Dankeschön Hey Danke Puh Oh mein Gott Deswegen ist ein Springfliegen werden Könnte zu wenig sein damit es sprengen Aber so Ist auch keine Ahnung wo ich mich da Sicher hinstellen kann Da nicht Boah Ist mir auch so Zwei Hits bekommen Das heißt wahrscheinlich So gut wie kein Satan Gehen jetzt möglich Oh mein Gott Vier Hits und nicht tot Oh, da hab ich was getroffen Nice Ah Das war sehr knapp Nein Lass mich doch einfach in Ruhe Nein Lass mich doch einfach in Ruhe Super Diese Tierrate ey Soja Milch wär da auch nicht wirklich gut Wobei ich hab keinen Schaden Keinen Schaden noch weniger zu bekommen wenn So stimmen Also Wäre natürlich sehr schlimm Eigentlich aber Aber Ganz von denen Von der Theorie hier So da haben wir Lovers Das kann man mitnehmen Zwei schwarze Kisten Oh Nice Das Hätte ich vielleicht auch auch malen sollen Egal Gappi Spawn ist richtig gut Das ist ein Gappi-Item Und Kann ich mein Brotes Herz zu drei Flauen machen Ich mach jetzt erstmal den Raum hier Hier Oh, GOAT HELPT! Super Nehm ich sogar gleich Auch wenn ich mir nicht auf den Kopf springen kann Oh mein Gott Ey Was? Der Fakt von Belial ist weg Okay, das ist auch neu Der Fakt von Belial ist dann weg Okay Gut zu wissen Boah ey Charge mich nicht an Wir müssen Das ist gut zu wissen Geh weg von der Kiste man Okay Ich muss springen Der charge hier echt ein bisschen doof hin und her Also Wenn ihr Book of Belial aktiv habt Keine andere Space for Item einsammeln Sonst ist euer Perfekt Das wusste ich echt nicht Ich hab's noch nie gemacht Oder ist mir so noch nie aufgefallen Vielleicht hab ich's mal gemacht Aber da hat's vielleicht so viel Schaden Was mir egal war Ohhhh Kaum schon Mist So, Strange Lovers kann ich jetzt ja eh weglesen Aber Guck mal Strange kann ich was lustiges machen Das mach ich glaub sogar So Haha Trick 17 Boah Oh Noch ne Tier ist da mal gut Alter Was geht Drei Schüsse für so ne Spinne Nee, oder? Bitteeeee 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 Lass mich doch Also ich brauch echt Drei Schüsse für so ne Spinne Und die kacken natürlich immer mehr aus Und die kacken natürlich immer mehr aus Alter Was ist ich? Ich will ne Mist schwinnen Geh weg Ich hab's noch keinen Schaden Ich mag die Asus schon überhaupt nicht Wenn ich Schaden hab Aber ohne sind hier noch viel schlimmer Hangman, damit kann ich fliegen Damit könnte ich oben in den einen Raum da rein Oder ich gucke mich jetzt mal nach oben und schaue Ich mach mal was Wie einfach doppelt so schnell Oh, schön leichtgespräch Nice Piu 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 Ach, so wenig Schaden Hier, äh Bombe Das sind nochmal drei Herzen So langsam habe ich genug Leben Aber ich könnte halt echt mal ein bisschen Damage vertragen Ich hätte natürlich auch die Karte benutzen können Aber Es gab Ich hab schon mal Drei Lack Bei Drei Lack Aber es kriegt ja momentan Neeee Oh mein Gott Sollte ich hier vielleicht Ein Buch benutzen Ich weiß es nicht So, wie muss sie überleben ihre Sprengungen Oh man Man, ihr seid nicht alle, wer hat so ein ganzes So viel Sprengung Und ich bin so langsam, dass ich dann nicht rechtzeitig wegkommen kann Ist das so schlimm Kein Damage und langsam zu sein, ist echt Groß, du Käse Ich würde es einfach nur schaffen. Ein Kompass, sehr nice. Das blaue Herz nehme ich natürlich auch mit. Und ich sehe, gibt es da nicht mehr viel. Das heißt, der Geheimraum müsste theoretisch hier sein. Dankeschön. Automat. Ja komm, wir haben genug Geld. Oh, ne Prisiklack, sehr gut. Oh, das Herz, sinnlos. Oh, das Herz, nochmal sinnlos. Alter, ich hab doch viele Karte da. Warum kommen da keine Karten raus? Egal. Ich kann da kurz noch ein bisschen Wunder. Ach, nö. Kommt hier nicht nach rechts, bitte. Ich würde euch da einfach über den Abgrund hinweg abschließen. Dankeschön, das war richtig gut. Boah, das war richtig gut. Äh, hier komm ich an die Karte am Bösten ran, aber ich kann die Karte ja erstmal troppen, dann muss ich mehrmals in die Mitte. Stopp. So, also, zum Moon. Das ist für die nächste Ebene gar nicht mal schlecht. Ich hab hier was gesehen. Die Kiste ist okay. Hier komm ich so ran. Geld und ne Bombe. Sehr nice. Dann benutzen wir unseren Hangman. Natürlich da oben, um halbherzig Damage einzusparen. Was war das? Lava's. Komm einfach mal hin. Alter, 24 Minuten. Kein Damager. Fliegen da rein. Zwei schwarze Herzen. Halbes Herz Damage. Sehr guter Trait. Also wir haben einen Damager, aber das ist halt nur für jeden dritten Raum quasi. Und das wird es natürlich für die Bosse haben. Und dann kann man natürlich nicht mehr aktivieren. So. Geht durch. Karte mitnehmen. The Moon fürs nächste Ebene. Ich weiß nicht, ob ich... Ob ich was verpasst habe. Markierten Stein oder so. Das wäre bitter. Ey. Boah. Der hat auch wieder übelst viele Gegner gespawnt, ey. So nervig. Ich koste die Gegner spawnen. Aber er macht es sowieso selber wieder kaputt. Das ist nett von mir. Nein. Nicht mich abschieben. Dankeschön. Nicht mich abschieben. Ich scharfe alle hier durch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Er hat da wenigstens Schaden bekommen. So, dass er in der zweiten Phase ist. Ich kann nur noch fliegen. Wir sind nicht ganz so schlimm. Das sind mit meinem Spide-Damage-Up auf One-Hit Und... ja... der ist in der Ecke, kommt nicht mehr raus Da haben wir unseren Cube of Meat Und was haben wir hier? Drei Kisten Da hätten wir eine Super-Dreiber, weil ich nicht wegkomme Einmal fliegen und zweimal Lock-Up Wenn ich jetzt noch ein Item hätte... Oh, da fällt mir gerade auf den Seed Muss ich noch aufschreiben N-G-X-A-6-G-8 Jetzt noch ein Item hätten Das mit Lack irgendwas anfangen würde Aber nein, das tut's natürlich nicht Mies, mies, mies Ich bin jetzt in der Platz neben uns, das ist eine halbe Stunde Ist das eine Arcade? Da ist ein Item noch oben, das der Post ist Das... ja... Hier nochmal rein Den links, äh, rechts nochmal nicht spielen, leider Wow Genau Okay Fünf Lack Sagt alles Ich könnte jetzt theoretisch auch mit dem das spielen Und ich würde wahrscheinlich mit dem Herz-Container bekommen Ziemlich schnell Was für meine blauen Herzen herzugeben Weitlinig Rucken wir den mal weg Hier kommt eine Kiste Wo eine Karte drin ist Justice Sehr cool So, das ist schon Da ist ein Boss-Challenge-Raum Da will ich eigentlich auch rein Oh, ich hasse die Türme Also, die Türme gehen ja noch Aber die laufenden Türme Aber die laufenden Türme Eigentlich Und ich Richtig um ihn Dankeschön Achso, ich würde bei der Bloodbank sowieso nur diesen Spielautomaten bekommen, weil ich noch nicht genug an der Bloodbank gespielt hab So, dass wir die Zimtlos haben zum Spiel Oh nein Hey cool, der ist in die Stacheln gelaufen Mein Firerate ist so klein, dass er nicht mehr merkt, dass ich ihn abschieß Und dann doch anfängt zu schießen Kann ich ihn noch zweimal treffen? Weit ich nicht Oh, den will ich eigentlich nicht in die Stacheln bringen, weil er hat den Schlüssel Genau Wie kommt den her? Der will kaum nicht Ah, Harlecon Baby Könnte vielleicht ein bisschen Schaden machen Das wär doch mal was So, das ist Ist der Damage von Harlecon Baby abhängig von meinem Schaden Das wär natürlich richtig bitter So, hier geben wir einmal die Kiste ran Wir haben ja extrem viel Glück Da ist ein Pilz Der kann ein Damage abseien Ich vertrau, der hat sich nicht so richtig drauf Natürlich könnte ich mit meinem Cure of Meat Damage machen So weit war So weit war Aber Es geht schon, aber Es ist gefährlich Dass die Schaden kommen Was haben wir hier drinnen? Mit Piste Mit Zeugs Das ist Das war's Aufland Das ist sehr cool Ich muss mein Buch mal benutzen irgendwo Da nicht Aber die Kiste machen wir natürlich auf Da könnte Da könnte Cricket hattelen Könnte Ist aber nicht Oh, komm schon Gib mir was Irgendwas Justice Noch mal Bomben Toinen Schlüssel Alles sehr schön Alleine Alleine Dollar Am Anfang Schon zu haben Ist richtig cool Das war Paralyse Muss trotzdem mit Sollte ich irgendwas haben Zum Rollen Später mal Oder Positive Positive Pille PhD Nein Nein Oh Mein Harlikon Baby macht schaden 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 Oder war das der Cube? Ja Ich glaube das war mein Harlikon Baby Ich glaube das war mein Harlikon Baby Ich glaube daran Damit kann ich mich nochmal weg-teleportieren, danke? Oh nein. Die können so schnell manchmal schießen. Geh, 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 geh. Was ist mit euch los? Aber das Ding... Tour-Phasen, die freu ich mal überhaupt nicht. Piggy, nehm mal mit! Bitte... Hörsa! Hörs nicht schlecht. Jetzt noch mal Leben mehr. Ich hab ja kein... Item, was mir verbietet, weniger Leben zu haben. Nicht immer müssen. Und hier kommt dann keins. Ist aber bitter. Wenn das Risiko jetzt gerade nicht wert... Könnte ich auf jeden Fall mir noch 7 Points holen. Muss aber nicht. ... 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 Ich glaub schon, dass Harley für ein Baby jetzt mehr Flammage macht. Kommt mir zumindest so vor. Aua! Nicht nett. Ja, ganz schön. Komm schon. Yes. Das ist ein Tears Up. Wow. Das ist ein Schimmel, das Tears Up sogar. Da gibt's ein Messer für. Das macht zwar keinen Damage. Nein! Wow. Ich mein, das hier wär halt mehr Leben quasi. Und das hier ist einfach Step, Step, Step. Moms Contact! Sehr nice. Was hab ich denn für Mom-Items? Lol! Moms Stiefel, Moms Knife und... Ich glaub, die Pillenbörse ist auch von Mom. Jo, nice. Yeah, Messer! Messer mit null Schaden! Äh, ja. Ein Messer mit null Schaden macht auch null Damage. Aber es ist halt trotzdem noch ein Messer. Okay, null Damage ist was anderes, aber... Wow! Wow! Hä? Ich hab doch null Schaden... Ich hab doch gar keinen Schaden! Hä? Oh, das ist schön. Das ist nicht so schön. Dann mach ich eine Bomber. Hey, ich... Ja! Yes! Cricket's Head, bitte! Hm... Step, 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 Step. Das macht Damage! Ich hab keine Ahnung warum. Ich hab keine Ahnung warum... Mom-Items Knife gerade so viel Schaden irgendwie macht. Also, es macht nicht viel Schaden, aber... ...mehr als erwartet. Das sind Fliegen. Die mir quasi nichts bringen, weil ich hab keinen Schaden, ne? Also, ich bin echt tierisch überrascht von diesem Messer. Niemand sein Messer liegen lassen. Also, doch schon. Es gibt, es gibt Momente, wo man Messer liegen lassen solltern. So, mit Ipcake. Vielleicht. Ich könnte echt gut eigentlich... ...hatsen wir brauchen. War da noch was drin eigentlich? Nee, aber einfach ausgerechnet. Oh mein Gott. Bomben! Also, ich clear jetzt hier extra noch, um irgendwie markierte Steine oder so zu finden. Das ist nicht so toll. Two of Space in der Schlüssel. Das ist eine Bombe für einen Kopf, wenn ich das eigentlich nicht machen kann. Da auch. Ist doch. Keine Ahnung, wie der so gestorben ist. Da auch. Mann. Bombe für einen Kopf ist einfach nicht gut. Oh. Stepp, stepp, stepp. Ey. Wirklich überall? Das ist richtig schön. Hier auch. Hier gar keiner. War da unten noch irgendwie... Waren da mehr? Da war gar keiner. Gibt's eigentlich nicht... Vier Herzen. Das sind halt extrem wenig momentan. Chests öffnen. Nein, danke. Nö. Ich hätte da noch eine andere Karte gehabt, dann wäre das potenziell nochmal blauherzen gewesen. Aber so, nö. Welter... Komp.... Lägen... ... Alter. Perfekt schon. Jetzt ist diese blöde grote Spur. Da ist ein mini Boss drin. Und da oben kann ich mir auch so ein Boss challenge raus. Und dann werden wir die Boss noch einnehmen. Ich habe den Messer jetzt. Was haben wir da? Chachi! HP ab oder so? Oder Damage? HP. Nice. Wir können mit den Raketen spielen. Ich kriege mal eine Bombe. Ich habe mir jetzt was versaut. Oh nee! Ich hase euch! Ich hase euch! Wir sind hier. Wir können das. Was? Oh, Robo Baby! Einsammeln! Komm weg, toll! Monstruuszahn. Nicht wirklich nützlich. Sammeln wir mal einen. Haben wir jetzt mal gehabt. Und hier drüben noch mehr. Gegner! Was mache ich mir? Damage und die Messer überrascht mich total. Gut, halt! Yay! Wait! Wait! Nein! Komm schon! Wirklich! Game Kit! Wirklich! Uh! Das ist sogar noch besser. Das kann ich nicht mehr machen. Oh, schade! Hey, her! Komm mal! Oh! Ach! Ich habe Regeneration. Das war zu langsam. Ich habe mir ein halbes blaues Herz dafür hergegeben. Dafür springe ich weg. Du bist nicht dazu. Ach ja, mein Robo Baby ist ja auch größer. Stimmt. Eine Karte! Sehr geil! Kompass und Karte. Ich klicke nur noch die Blue Map. Schauen. Gib mir was. Eine Karte. Eine Devil-Karte. Okay. Sagt man nicht Nein zu? Wow! Dann nochmal spielen. Noch eine Karte. Justice. Ah! Schmerzt jetzt. Schmerzt jetzt. Immer noch gute Herzen. Dauernd in meinem Boss. Eine Mini-Bot. Sorry! Schmerzt jetzt nicht ein. Alles gleich. Ich komme hier auf jeden Fall nochmal zurück. Zweimal wahrscheinlich sogar. So, da drinnen? Was war da drinnen? Ja! Was war da drinnen? Ahh! Was war da drinnen oder mal? Ich gucke noch mal ganz kurz was im Itemraum, aber ich hab's vergessen. Ach, Mondruftakt, genau. Ähm... Ich spreng da mal. Schade. Ich spreng da mal. 2 Bomben für nichts, yeah! Okay, die Karte verretten, dass es auch nicht weitergeht. Wow, da war der Gehl. Das ist auch sehr schwer. Das ist auch sehr schwer. Schon. Da werden wir zwei Herz machen, okay. Wow. 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 Okay. Okay. Tut mir, sorry! But I have to play. Sehr gut. Für zu fliegen, das ist auf jeden Fall richtig nice. Guck mal da mal kurz rein. What? I don't know. Was war die denn? Hab ja ab. Ich brauche einen Hab ja ab, ne? Wir waren hab ja ab. Es ist Nekro 2, genau. Das ist das Herz. Du bist voll aufgeladen schon, ne? Ja, nice. Ich guck mal in die zwei übrigen Räume noch rein. Waaah, Staffel! Super schön. Du darfst zu, ne? Hierophant. Ja. Zack. Du darfst, ne? Du darfst, ne? Du darfst, ne? Du darfst. Money! Money! Da haben wir... ...träume... Okay, vielleicht kommt ja noch ein Bettler irgendwo... ...behalte ich mal die noch... ...die Coins... ...echt? Herzen habe ich genug... ...mit dem Book of Belial und dem Messermeyer sind schaden... ...dann muss ich so gerne ran, aber eigentlich nicht... ...äh, ich teste mal, ob hier der Geheimhaus ist... ...schauen, dann teste ich mal, ob ich nicht... ...yes! Da war ein Trinket weniger im Pool... ...die Range damit... ...oh so, und das Pool natürlich nicht zurückgekehrt... ...ba summit im Pool... Das Negativ, das nehmen wir auf jeden Fall mit... ...oder, komm mal hier noch rein... GAPI!!! Haben wir schon ein Gapi Item gehabt...? Ja, wir haben was weggebraucht, genau. Ich bin Kappé, ich bin Kappé, Kappé, ich kann fliegen. Ist ja nice. Ich behalte mein Buch. Gibt es die blauen Steine? Ja. Da ist ein blauer Stein. Ach so, er ist nicht blau, aber er gibt ein blaues Herz. Warte, bin ich aber eine Stunde Video? Sorry, ich vergeschte das lange Video. Aber, ich muss halt. Oh, schön. Pride. Eine Karte. The Fool. Perfekt. Ich muss ihm nicht mal ein Herz opfern. Ach so, nicht ein Herz. Ach so, doch, da war nicht. Da war nicht. Ich gucke hier mal kurz rein. Ich werde wahrscheinlich mein Buch aktivieren, weil ich sehe, es sind mehr als drei Räume. Der Karte findet jetzt ganz cool. Joa. Das machen wir. Wenn es eigentlich nicht mehr viel gibt, was ich haben will. Außer Lackpillen. Und Happy Apfeln. Was ist denn da los? So, das war zu kurz. Mach mal so. Nein, nein, nein. So, hier Happy Apfeln. Das hat gesessen. Der Job war ja instant weg. Nein. Ich hasse die Siftung. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Da geht's schon. Keine Ahnung, wie es kaputt gegangen ist. Ach. Fliege. Yes. Jetzt kann es losgehen. Damage, sharp. Und jetzt kann es echt losgehen. Ich weiß gar nicht, ob ich das haben will. Wenn da noch irgendwas gescheites ist. Nein, das ist ja wirklich. Irgendwo noch ein... Das markierte Steigen. Da sollte ich noch ein paar sprengen. Gibt es noch ein... Schieb nicht mehr irgendwann. Ach, hier sind keine... Ach, nee. Die Augen. Gut. Knack. So, es sind auch keine markierten Steine. Der Stein. Ist das denn tot? Ach, ich hätte sogar noch einen Bruch gehabt. Ach, für die letzte Phase war es auch nicht. Okay. Jetzt schießt mein... Miki auch noch. Sehr nice. Nochmal Kisten. Okay. 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 Und... Schlecht. Ich guck mal noch in die geheimen Räume rein. Sollte ich sie finden. Da kann man nicht sein. Das heißt, vielleicht hier. Yes. Das war seine Bombsarchie. Die nehme ich sogar. Eine Pretty Fly habe ich schon. Und das hier ist... Tiersa. Da ist mein Tiersa am Anfang wieder. Aber das ist mit dem Messer ja eh... hinfällig, sag ich jetzt mal. Nicht so wichtig. So... Das HP ab und so will ich nicht haben. Es könnte ja noch irgendwas kommen, was mein eines HP, das ich habe, verbessert. Hey, komm. Jesus. Du willst das nicht mit ihr spielen. Aber ich hab da schon was getan. So sind die auch schon... Die Counter-Fight-Pranier freigespielt? So muss ich mal nach dem Video gucken. Keine Ahnung, wo geht's denn mit mir? Na, ich hab sein gesagt. Das wollte ich nicht. Ich guck mal kurz drüber. Schlüssel und Hammer hier vielleicht. Ja, da ist er. Coins. Schade. Oh. Kannst ja dann gar nicht mehr Speed-Dubble noch mal kommen. Hm. Ja, es wird mehr Räume. Kannst du so machen. Okay. Vielleicht ein Grund, warum man in solchen Räumen nicht sofort was machen sollte. Ich hab auch so genug Schaden mit Cricket-Pet. Cricket-Pet ist awesome. Ja, die Pille. Das eine war die schlechte Pille, das weiß ich noch. Ja, da sind Spinnen drin. Boss of Skill. Yay. Geld. Du hast hier auch noch. Ja. Was ist die Boss of Steel? Wenn ich das wüsste, was ist die hier so? Also dann wär's so schön mit mir. Wie funktionierst du? Okay, nicht soo schön. Oh, nee. Dann nehm ich lieber ein bisschen Damage alle Verrollen mit. Was ist denn? Ein paar Bomben bekommen, muss auch nicht schlecht. Schnupp. Ich hab dich ja auch weh. Dankeschön. Das ist ja so einfach, warte ich's mal. Oh, äh Glück. Hey, ich bin Max Glück. Jetzt Lokis Hörner oder so, das wär echt nice. Das ist ein Maze Curse, okay. Ich lauf nach links und ich geh nach rechts, das ist so bitter. Ja. Kisten. Wow, so viele Bomben. Ist hier ein item was für ein Bombenrad erhüllt oder so Och komm schon lass mich doch dahintritt zum Boss Mach das Video nicht länger als sie schon ist Ich hab mich gerade noch aufladen können direkt vor dem Boss Wow Keine Ahnung A3 da Ist mir egal Es geht weiter zu satan Denn wenn ich schonmal mit Eden soweit bin Dann mach ich auch das Lamp fertig Natürlich Der Anfang sah richtig miserabel aus Aber mittlerweile habe ich Cricket's Head Das ist nice Und die Challenge neu Demoman Demoman ist eine wichtige Challenge Da gibt es nicht so mit der Verzeihung Das will ich nicht Ich muss sowieso in den großen Raum Also machen wir Komm her Bitte irgendwo Schade Funktioniert glaube ich nicht Infamy Sehr nice Ich muss nach unten Aber da ist so viele Bomben Teste hier ist einfach nochmal Schade Muaah EASK So Ich weiß schonmal nichts drin Mach mal hier Dosen Das ist ein Demoman Das ist so Teste Das ist so Muaah Hör Die 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 großen Fliegen um mich herum kann ja echt nichts basieren. Oh, okay. Passiert. Wie ich diese scheiß Türme hasse. Weil sie nie aufgehen, wenn man sie braucht. Und genauso wie ich sie nie hasse. Zwei von sechs. Zwei. Vier. Na komm schon. Fünf. Nein! Och man. Sechs. Dankeschön. Nochmal. Schlüssel. Yay! Satan ist klar, dass wir da sind. Spur aktivieren und Bombe legen. Und Step, 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 Step. Step, 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 Step. Step, 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 Step. Step. Noch ne Bombe. Satan tot. Schatten ist weg. Bombe legen. Step, Step. Oh, brauchst mehr. Okay, dann sind wir jetzt mal noch mehr. Und jetzt sehen wir jetzt zum ersten Mal im Video. The Dark Room. Es geht weiter. Wie bestimmt das in meinem letzten Video, wo ich es da auch immer gesagt habe. Schon weiß. The Book of Secrets. Ist okay. In The Dark Room gibt es hier vier solche Kisten. In jedem Raum, den ihr da seht, sind Bosse oder böse Räume, die nicht ganz ganz böse sind. Es gibt trotzdem noch die Geheimräume, aber es kann auch noch andere Räume geben. Aber kein Itemraum und kein Job, natürlich. Des Weiteren kann man sich nicht durch Räume mogeln, indem man die Tür aufsprengt. Und da ist noch ein Gaffi-Item. Und da ist Little Brim und ich bin froh, dass ich die Judas-Zunge noch behalten habe. Und jetzt kostet er nur eins statt zwei. Wenn wir mit Pet 1 und 3 kostet er zwei Herzen. Das war uns eh gar gewesen mehr. Jetzt sind die Dead Cat mit und hab wieder ein Hapherab. Deswegen nicht alles sofort einsammeln. Wow. Was muss denn Masker für ein Femi denn sein? Aber die sind nicht so schlimm. Okay. Das ist ein Hapherab und nur die gehen. Hapherab lassen. Nicht liegen. Ich hab nichts was damit drin. Jetzt versuche ich mal einen Trick, den ich vor kurzem gesehen habe. Man sieht Harlinke Baby, Laser. Und dann kommt Little Brim und dann kommt Kätzchen. Wenn ich einmal rausgehe. What? Ist das ein Bug? Okay, krass. Zählt das als Chain? Sieben. Ich hab ne Chain von sieben. Hatte ich das schon im vorigen? Das muss ich im Video nachschauen. Oh mein Gott. Ich wollte eigentlich nur schauen, ob ich die Begleiter neu sortieren kann, sodass Little Brim gleich neben mir ist und nicht erst an dritter Stelle. Oder dritter Stelle. Ich sag mal, bis dahin. Ich zeig das Ending mal kurz, das neunte. Und dann schade ich Spiel neu und vielleicht ist ja dann der Save da. Wenn nicht, dann weiß ich nicht. Das wär echt bitter. Also. Okay. Nicht mit Eden. Exit. Ich werde da anscheinend nicht kontinieren. Ich werde da anscheinend nicht kontinieren.